Olli Roggisch, Malediven oder Malle? Als deutscher Meister nach Malle, sonst die Malediven. Dschungelcamp oder Big Brother? Weder noch. Was? Dschungelbrother. Oder Sommerhaus der Stars? Nein. Auch nicht. Sponsorentreffen oder Kindertraining? Po, schwere Frage. Beides wichtig. Prinzipiell macht ein Kindertraining mehr Spaß. Sponsorentermine sind aber auch wichtig. Okay. Unentdecktes Talent oder unbezahlbarer Superstar? Oh. Ich nehme das Talent, weil dann habe ich einen guten Job gemacht. Partylöwe oder Stubenhocker? Ich war mal ein Partylöwe, werde jetzt langsam ein Stubenhocker, glaube ich. Dann müssen wir mal wieder Meister werden, dann wird das auch wieder anders. Wiener Schnitzel oder Caesar Salet? Oh, das Wiener Schnitzel. Wenn es ein echt gutes Wiener Schnitzel ist, ja, Schnitzel. Saisonstart langsam angehen oder direkt Vollgas? Langsam angehen, sonst kommen die Verletzungen und dann Vollgas. Okay. Und was es mit diesen Antworten auf sich hat, das hört ihr in unserer neuen Folge Ein Team, ein Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Diesmal mit Olli Ronsch. Und was ist 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 mit Olli Ronsch.